Beziehungskonflikte sind eine große Belastung für jede Partnerschaft und oft eskalieren sie leider auch extremst. Doch keine Sorge, heute gebe ich dir ganz konkrete Schritte an die Hand, wie du einerseits diese Konflikte auch in deiner Beziehung lösen kannst und andererseits, wie das Ganze auch eure Liebe damit stärkt. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen in meiner Kindheit wollte ich immer in meinen Beziehungen Konflikte vermeiden, so gut es nur ging. Und so war ich für meine Partnerin letztendlich nicht wirklich greifbar, war wie Pudding in ihren Händen. Was ich erstmal lernen durfte über die Zeit ist, dass erstens Beziehungskonflikte etwas ist, was völlig normal ist und warum, das ergibt sich gleich aus den nächsten Schritten. Und zweitens auch viel wichtiger, dass ein Konflikt nicht automatisch das Ende der Beziehung bedeuten muss. Und das war ein Glaube, den ich immer hatte. Sorge für einen klaren Kopf. Wenn wir im Konflikt drin hängen, drehen wir meistens in unserer emotionalen Spirale schön nach oben, weil entweder fühle ich mich angegriffen, habe das Gefühl, ich muss mich erklären, rechtfertigen, verteidigen und so ist früher oder später ein Austausch auf Augenhöhe, der möglichst weiß von der Emotion, nicht wirklich möglich. Und dann knallt es und dann wird es hitzig. Und deswegen ist es so wichtig, geh aus so einer Situation raus, sprech das im besten Fall ab, leg eine Pause ein und sorg erst mal dafür, dass du dir selbst die Zeit gibst, um abzukühlen, um so wieder auch einen klaren Kopf zu bekommen. Denn im Zweifel ist es besser, ein Gespräch zu vertagen, als zu sagen, wir ziehen das jetzt durch auf Däubel komm raus. Wichtig ist nur, kommt wieder zusammen. Gebt euch gegenseitig Sicherheit. Denn was ist los in Beziehungskonflikten? Wir fühlen uns angegriffen, wir haben das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen und somit fühle ich mich total unsicher in so einer Situation. Zumal ich dann das Gefühl habe, du verstehst mich einfach nicht. Und damit das kein Thema mehr bei euch sein wird, erhöht die Sicherheit. Was kannst du konkret tun? Das eine ist, was vielen Paaren hilft, in eine körperliche Nähe wiederzugehen. Sei es die Herzumarmung, also euch ein bisschen länger zu umarmen, dabei nicht zu sprechen, sich nicht zu streicheln. Oder, das habe ich gerade aktuell mit einem Paar, das ich begleite, da war die Herzumarmung viel zu viel. Da haben wir uns darauf geeinigt, wie wäre es mit simpel, die Hand der anderen Personen nehmen. So in den körperlichen Kontakt zu kommen, aber nicht in so einer übergriffigen Form, so unter dem Motto, ich vereinnahme dich jetzt, sondern wirklich mit so einer ganz sanften Form die Hand zu nehmen oder anzubieten und dann entweder auch auszusprechen oder darüber das Signal zu geben, hey, komm, okay, es ist jetzt hier gerade schwierig, wir verhaken uns hier total, aber wir beide finden einen Weg und das bedeutet nicht das Ende unserer Beziehung. Der absolute Game Changer, gerade beim Thema Sicherheit, ist auch, wenn ihr Vereinbarungen oder Absprachen miteinander getroffen habt, dann halte die auch ein, setze die auch um und werfe das nicht gleich wieder alles über Bord. Lerne eine verbindende Kommunikation. Klingt so easy, oder? Überleg doch erstmal im ersten Schritt, damit wir dem näher kommen können für dich. Wie willst du eigentlich in einer Konfliktsituation, das mit dir umgegangen wird? Und damit hast du schon das wichtigste Indiz, weil verhalte dich doch bitte genauso gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin. Das wäre das eine. Das zweite ist letztendlich, seid respektvoll und würdevoll im Umgang miteinander. Also, ich sage es ein bisschen mal scherzhaft, alles oberhalb der Gürtellinie ist erlaubt. Unter der Gürtellinie rumzuschießen und euch gegenseitig Vorwürfe zu machen, weg damit. Das ist verbindende Kommunikation. Und der dritte Part ist, höre deinem Partner, deiner Partnerin auch aufmerksam und bewusst zu. Deswegen haben wir am Anfang dafür gesorgt, dass du emotional so weit dich einpendeln kannst mit dem ersten Schritt. Rede über deine Bedürfnisse und über deine Gefühle vor allem. Hinter einem Konflikt stehen nicht nur unterschiedliche Sichtweisen, die ihr beide auf die Situation habt, sondern vor allem auch unterschiedliche Bedürfnisse und Gefühle. Also, lerne im allerersten Schritt mal deine eigenen Bedürfnisse und auch Gefühle wahrzunehmen und diese dann auszusprechen und zu kommunizieren. Und mach es dir so einfach wie möglich bei den Gefühlen. Überleg nicht erst lange, wie kann ich das denn jetzt sagen, sondern sag, ich bin sauer. Aber bitte nicht, ich bin sauer, weil du mal wieder, sondern ich bin sauer oder ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Sprich dieses Gefühl erst mal aus, weil das kann ein echter Herzöffner und Türöffner sein, weil ich dann nämlich mitkriege, was ist bei dir los. Und wenn deine Partnerin, dein Partner das auch macht, dann könnt ihr euch viel schneller auch wieder auf dieser Ebene begegnen und habt überhaupt erst mal die Möglichkeit, die nächsten Schritte weiterzugehen. Der letzte, aber auch fast einer der wichtigsten Punkte mit ist, sucht nach einer gemeinsamen Lösung. Jetzt könntest du denken, Olaf, willst du mich verarschen? Das wollen wir doch auch. Bloß oft erlebe ich es, dass eine Person versucht oder beide eigentlich versuchen, ihre optimale Lösung durchzudrücken. Und das ist genau das, was meistens nicht funktioniert, weil ihr beide einfach eine Situation unterschiedlich auch beurteilt, in der Wichtigkeit und allem Möglichen. Und das ist das, warum es so oft knallt. Ihr habt beide eine Vorstellung von einer idealen Lösung, dass die in den seltensten Fällen identisch ist. Finde ich ziemlich normal. Und wenn ihr das schafft, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, Houston, wir haben hier ein Problem und mit dem, was wir jetzt gerade versucht haben, funktioniert das nicht, kann das die Tür aufmachen, um zu sagen, okay, jetzt lass uns eine wirklich echte, tragfähige Lösung finden für uns beide, hinter der wir stehen können, die wir auch erfüllen können, indem wir sie wirklich auch umsetzen. Und deswegen ist es auch wichtig, hier keine Lippenbekenntnisse zu machen und keine falschen Zugeständnisse, nur weil du meinst, dein Partner oder deine Partnerin möchte das so hören und du hast dann wieder deine Ruhe. Das funktioniert nicht. Das vertieft einfach nur euren Konflikt. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr so nämlich euren Konflikt entschärfen und auch vielleicht zukünftig sogar vermeiden. Damit du aus diesen ganzen Inhalten jetzt einen echten Mehrwert ziehst, ist es natürlich wichtig, dass du auch ins Umsetzen kommst. Das kann dir am besten gelingen, indem du dir einen sogenannten 90-Tage-Plan machst. Was meine ich damit? Picke dir einen dieser fünf Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, raus, wo du sagst, das ist entweder der Punkt, wo ich meine, den kann ich am einfachsten umsetzen oder den können wir gemeinsam am einfachsten umsetzen. Oder wo ihr sagt, das ist das Wichtigste, was jetzt hier in der Veränderung passieren muss. Mach das mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen, mach ein gemeinsames Projekt daraus. Also, sorge für einen klaren Kopf, gebt euch gegenseitig Sicherheit, lerne eine verbindende Kommunikation, rede über deine Gefühle und deine Bedürfnisse und sucht nach einer gemeinsamen Lösung. Welcher dieser fünf Punkte soll jetzt der sein, der für die nächsten 90 Tage im Fokus steht? Und setz diesen ernsthaft um. Das ist das Erste, was es braucht. Und führe diesen Punkt wirklich zu einer Meisterschaft, trainiere. Wenn ihr feststellt, über die 90 Tage, okay, da muss was verändert werden, sprecht drüber, passt es an. Macht es zu eurer eigenen individuellen Meisterschaft und erst danach pickt euch den nächsten Punkt raus. Du willst genau dafür einen roten Leitfaden, etwas, was dich im übertragenen Sinne an die Hand nimmt? Endlich aufhöre mit diesem rumstochenen Nebel? Dann starte mit deinem kostenlosen Beziehungstest und lass uns gemeinsam deine Liebe aufpeppen. Geh auf olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse und leg mit deinem Beziehungstest los. Den Link findest du wie immer auch anklickbar in den Show Notes. Und dann starte mit deinem Beziehungstest und dann starte mit deinem Beziehungstest. Und dann starte mit deinem Beziehungstest und dann starte mit deinem Beziehungstest.